So, okay, aber ich würde sagen, komm, wir machen weiter. Okay. Was ist denn hier, also ich habe es ja vorhin mitbekommen mit den Einhörnern. Was ist denn hier mit den Einhörnern los? Also ist wir... Okay, erstmal zur Seite legen, Deal. Was ist im Chat? Okay. Großartig. So, was haben wir denn hier? Achso. Äh, was? Von hier oben sind wir gekommen, wa? Was heißt, wo ist denn hier hin? Wie, von hier sind wir gekommen, wa? Ja, du fragst mich jetzt Sachen. Ja, von hier sind wir gekommen. Wo hieß das denn da drüben lang? Ja, du bist hier runter wegen dem Händler, genau. So, und hier komme ich hin. Genau, wohin? Oh, El Kassel. Ah, okay, hier können wir mal kurz mal rausgucken. Ah, Delago. Nein. Nein. Ah, jetzt sind doch Bernd und Fred drüben vom Schuppen. Jetzt dachte ich, oh, was schütten die denn nach, der Polizist war. Och, wie geköpft. Scheiße. Was ich aber interessant finde, dass ich wirklich dachte, ich hab jetzt Dreck auf dem Monitor. So, so, so auf vier Uhr. Geil. Oh, oh. Der ist auch ein bisschen begeistert. Oh, dann können wir sagen, ich glaube, wir brauchen ein größeres Boot. So, dann lassen wir uns hier nochmal schauen, kurz mal einen Blick auf die Karte werfen. Edelstein, Edelstein, Edelstein. Und hier müssen wir hin. Da müssen wir hin. Und hier vorne war, glaube ich, schon eine Medaille zu sehen. Bin ich der Meinung. Haben wir jetzt eigentlich alle Medaillen gesammelt gehabt bei der Arena? Nee. Also, mehr habe ich jetzt erstmal nicht gesehen auf den ersten Blick. Wenn das Bootsbenzin ausgeht. Was bitte? Das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator und dem Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Jeder nimmt nur so viel, wie er braucht. Was? Was? Ich möchte jetzt nicht nur Bootsbenzin zusammen mischen. Was ist das? Nein. Nein. Ich möchte das nicht. Mhm. Aha. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Oh, no, 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 no. Das gehört doch schon wieder da unten. Da unten. Ach du Mann. Ah, okay, okay, okay. Das ist... Oh, shit. Mann, wieso denn? Oh, wie habt ihr euch überlegt zurück zu gehen? Scheiße. Da oben eine Medaille gesehen? Oh, nein. Schweinebär, Mann. So, schön. Oh, das ging aber diesmal. Au. Nein. Ach, das ist aber... Läuft da hier nicht gut gerade. Das fällt mir nicht. Ah, haut ab. Lass mich in Ruhe. So, bitte lass jetzt hier nicht irgendwie stolpern, Rätele. Das ist eine Scheiße sein. Give me that. I want this. So. Der Bolzenschuss hier rät, bringt mir jetzt hier nicht. Ich bringe noch nicht hier. Oh, ho. Zip, zip, zip. Na, und kommt zu hoch. So, mal gucken, wie lange das Messer das aushält. Oh, hat's alle leutet. Die hat es nur alle leutet. Die Kuh. Die verarscht mich. Alter. Na, was da los? Das ist mich nicht, wa? Dove Hulle. So, dann komm mal hoch hier. Das jetzt scheint es ja mit Messer relativ gut wegzustecken. Du schon wieder. Wo kommst du denn jetzt her? Das darf doch alles nicht wahr sein, ey. Wo kommst du denn her? Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott, hast du das gesehen? Oh, die ganze Seite weggepfeffert. Oh Gott. Oh Gott. So, zum Schluss nur noch für das Schrotgewehr. Das ist natürlich, wir können auch mal kicken, dass wir jetzt hier ein bisschen eventuell mal herstellen. Pinky, Pinky. So, da fahren. Flintenmunition. Let's do it. Achte. Also, ich gebe das jetzt mal nicht wieder, was ich im Chat gerade alles lese. Was? Was? Gib mir mal eine Kurzfassung, bitte. Du bist ja gerade eingebrochen ins Wasser mit Leon. Ja. Kam denn von Bianca nur mit Wet T-Shirt Contest? Naja, dass Bianca jetzt hier natürlich total auf Touren kommt hier mit Leon, das ist ja nur, jetzt hat sie ja gesagt. Das ist halt Fanboy, ne? Ja, du. Alles gut, alles gut. Oh, oh, Alter. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Oh, aber voll so einen brennenden Pfeil in die Fresse bekommen. Jetzt lad da mal die Knifte nach hier. Sag mal, Freundchen. Ja, was hast du jetzt davon, du? Hampel. Vorher hätte man das ausdiskutieren können. So, was habe ich denn hier jetzt eigentlich gefunden? Das ist alles zu viel. Es sind alle zu viele Leute hier. Ich kann mich gefühlt nicht verteidigen. Könnt irgendwo piepen. Würde dich gerne nutzbar machen für mich. Nein, Alter, das ist so uncool. Ach, ich bin so scheiße. Was ist denn? Oh, Mann, ey. Das war jetzt nicht cool. Das war nicht... Ich sag, wie es ist. Das war nicht cool. Komm, mein Großer. Na los. Okay. Okay. Das war ganz gut. Das war ganz gut. Oh, schön. Und da haben wir Viper Nummer 3. Hurra. Der Auftrag ist erfüllt. Mussten wir 3 oder 4? 3. 3, okay. Sieben Schuss. So, mal kurz mal einen Blick auf die Karte werfen. Okay, hier haben wir noch ein paar Medaillanzer. Und eben Steinschen. Oh, da unten. So, hier drüben würde ich gerne... Aus dem Weg. Aus dem Weg. Sag mal, kommen hier die Gegner eigentlich endlos? Kommt mir ein bisschen so vor. Jetzt habt ihr immer wieder ein neues Bock. Ja. So, wie komme ich jetzt hier drüben zu dem drüben Fass? Wahrscheinlich muss ich da über Langloven erstmal, oder? Oh Mann, ey. Irgendwo ist eine Mine. Also, oder beziehungsweise Stolperdraht. Wo? Runden. So, wie sieht es denn hier mit der Heilung aus? Ey, ich kann... Ich habe keine Heilung mehr, großartig. Ich habe jetzt noch das hier. Oder ich fresse eine Viper. Aber das ist jetzt... Nicht zielführend, glaube ich. Für unseren Auftrag. Nee. Das ist noch eine Viper-Folie. Jawohl. Halle. So, schön. Na, das... Das war lecker. Snake Ede. Oh, ho, ho. Hier vorne. Sehr schön. Ich finde es doch cool, dass diesmal mitunter zwei Sachen drin sind. Also, drin sein können. Finde ich cool. Cooles Gimmick. So. Oh, eine antike Pfeife. Schön. So fühle ich mich manchmal auf. Wie so eine antike Pfeife. So. Oh. Fischi, Fischi. Fischi, Fischi. Ich gehe mal eine Runde angeln. Das sind überhaupt Fischbarschforelle. Das sind Kassel wirklich okay. Ja, ja, ja. Aber die nehmen relativ viel Platz weg, leider. Was haben wir? Wieper. Schön. Jetzt werden wir uns überwiegend jetzt von Naturalien ernähren. Das geht auch. Okay. Gehen wir mal weiter. Hier vorne haben wir die Mine. Zwump. Hammer. So, hier vorne sind wir noch gar nicht gewesen. So, drüben. Ich würde gerne da mal hingehen. So, hier ist nichts, nichts, nichts. Viel Fisch. Abgerollt wie ein Großer wieder. So, finde ich gut. Schade, den ganzen Rahmen habe ich jetzt nicht gesehen. Gewehrmunition. Das Schlimme ist irgendwie, das ist ja noch nicht mein Erkanntmaler. Es hat einfach nur dermaßen voll geschissen von den Vögeln hier irgendwie. dass man sagt, äh, ey, nein. Einfach nein. Oh, jetzt kommen wir mal. Oh, jetzt kommen wir mal wieder. Oh Gott. Ja, jetzt, immer wieder. Immer wieder, immer wieder. So, so, im Flug nochmal. Ui, Avatar. Ja, Messer ist auch wirklich, ey. Er ruht nicht mehr lange. Schnee. Also diese Finishing irgendwie, die setzen diesen Messer so zu, ey. Das ist ja nicht schön. Ich achte nicht, ne. So, dann wollen wir mal den ganzen Guano hier mal vorbeiklettern. Aber auch grundsätzlich eine coole Idee, ne. Irgendwie, also halt einfach zu sagen, okay, das sieht halt alles aus wie Vogeldunk. Macht ja Sinn. Irgendwie wie so ein Fischersteg hier. So, wenn die jetzt hier alle hochgeklettert kommen, rastig aus. So, hinter mir mal irgendwas. So, hier war das Fass. Ist ja der ganze Umweg jetzt für dieses eine Fass oder was? Aber da muss doch was Gutes drin sein. Oh, aber drei. Naja, 600 Peseten. Hing so. Hing so. So, okay. Oh, wir haben hier tatsächlich noch eben Medallion. Der Medallion-Stallion. Ist noch über. So, den lasse ich da mal einfach stehen. Oh, ho, fetter Suplex, Alter. Kann man bringen. Kann man bringen. Kann man bringen. Willkommen bei Wrestlemania 18. So, bin ich jetzt hier richtig? Nee, der ist da vorne. Kann man es von hier vielleicht sehen? Wer hat da wieder verfolgt, oder? Wer hat da wieder verfolgt? In den Zaun gelatscht. Es ist halt einfach. Man muss ganz klar sagen, es ist vollkommen unverhältnismäßig. Von mir, weil es gerade... Aber es ist halt auch Resident Evil. Was willst du da noch machen? Was willst du da noch machen? So, hier vorne irgendwie drunter. Hier komme ich auch mal irgendwie nicht hin, ne? Oder ist das hier oben? Nee. Kannst du hinter dir jetzt einfach ein Zeissersprung? Und denn da irgendwo durch? Ja, hier vorne. Komm mal, durch. Hier ist noch eine Truhe. Das ist ganz geil. Schön normal. Echt jetzt? Dankeschön. Was haben wir hier? Ah, das nächste Sechstück hier. Heilstück. Heil B. Oh, fetter Rabe, wirklich. Und wie immer hat ein Rabe Schießpulver dabei. Okay. Ich finde der Internet merkwürdig findet. So, okay. Wie waren wir? Haben wir auf jeden Fall erst erstmal... Wir haben ein bisschen was als Heilung. Das ist ja auch nicht schlecht. Bitte öffnen die Tür. Dankeschön. Das ist ganz lieb von mir. Ha! Boah, das muss hier so stinken, Alter. Oh Gott, diese Fischwalze. Ist das eklig. Oh, fuhl, ey. Ha! Und die schönsten Fische hängen da oben. Das ist ja schön. Ein Hühnerei. Wie zur Hölle kommt denn hier ein Hühnerei hin? Das ist doch eklig. Bohns Benzin. Na, das ist doch schon mal was. Na, das ist doch schon mal was. So, ihr werdet jetzt auch gleich wieder beräumen. Seht, komm. I see it coming. Herstellen. Hm, 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 hm. So, ja, noch ein bisschen... Nächsten ein bisschen Munition für die Pistole mal ran organisieren hier. Ständig hier die ganzen Idioten ja an die Schüsse kommen. So, wir müssen jetzt wieder zurück. Aber die Frage ist... Oh, Moment mal. Irgendwo ist ein Schatz versteckt. Aber wo? Ist jetzt diese... Diese Makrele hier? Ich weiß nicht, oder was? Da oben. Die sind doch manchmal echt fies versteckt, ey. Ein silberner Jeton. Schau mal an. Ich hätte schwimmen können, wäre eine Lampe gewesen. Okay, gut. Na dann. Let's go back. Da vorne stehen sie auch schon wieder, ey. Ein Pappnasen. Los, die Kanäle. Der Ort ist aber auch wirklich munitionsbelastend. Forderend. Munitionsforderend. So, mal gucken, ob ich jetzt einfach dran vorbeirennen kann. Ich hätte ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust haben, mich ständig jetzt hier auf irgendeine Klopperei mit denen einzulassen. Und er ist das. Ein. Tschüssikowski. Ich gehe hier. So, okay. Wir haben noch ein Fass. No, bam. So, wir sind durchgekommen, ne? Und hier geht nichts mehr. Haben wir hier vorne noch irgendwo? Nö, nö. Nun dann. Let's go back in die Stollen. Alter, der ist aber auch nicht besonders knieschäme-schonend, was der jedes Mal macht. Ach, du Schander, ne, ey. Okay, na fehlt noch. Okay, den... Ich wusste gar nicht, dass wir da mittlerweile zwei haben von... Ja, eins hatten wir gerade eben gefunden. Cheese, Pulver, Pecetas. Oh, so der gelbe Kraut, schön. Gelbe Kraut ist tatsächlich dafür da, falls ihr euch gefragt habt. Küchenmesser. Für Giftheilung. Flump. Mann, das sieht ja aus. Kraut und Rühm, ich zeige euch. Kraut und Rühm. Ich will jetzt aber erstmal hier nicht so doll irgendwas machen, bevor hier Benni wieder anfängt, in die Tischplatte zu beißen. Kennen die doch. Kleinen, ungeduldigen. Was? Nein. Der schneidet mir das sowieso alles nur weg. So, haben wir hier noch vertönet? Oh, Schrank. Das ist ein schöner Schrank. Was haben wir hier? Schießpulver. Grenade. Wunderbar. Haben wir denn... Aufträge? Einer fehlt noch. Einen, einen Medaillon fehlt noch. Wahrscheinlich ist das, was hier auf der Karte angezeigt wird. Ach, nee. So, umspielig lässt sich das ja besonders gut sehen. Heik, mal. Mir sagen lassen. Okay, man wird es wahrscheinlich von unten sehen. Und hier ist er. So, schön. Na, na. Und damit haben wir den Auftrag noch abgeschlossen. Schön, schön, schön. Dann können wir also zwei Aufträge, falls wir das hier überleben sollten, beim Händler abgeben. Natürlich verreckt uns jetzt das Boot. Gut. Tja, da bläst ihr. So, jetzt kann es sein, dass ihr wahrscheinlich eure Coffees gleich bekommt. Auf geht's. Wow. Aye, 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 aye. So. Alter! Oh! 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 Okay! Ah! Alter! Ihr müsst aufpassen, ob das Bootschaden nimmt! Alter! Das ist doch nicht euer Ernst! Da ist er! Da ist er! Ne! Ne! Und gib ihm! Und gib ihm! Wo ist er? Wo ist er? Wo bleibt er? Grüß dich! Oh! Schande, Alter! Das war ein hässlicher Barsch! Der war ein bisschen schlapp geworfen! Hast du einen Mordshunger, hä? Oh no! 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 Ah! Ja! Oh! Ey! Alter! Wie eklig! Wie eklig ist das denn, Mann? Das ist ja mal! Also echt! Oh Gott! Mein Boot ist im Arsch! Der wird mich noch versenken! Ja! Ich denke, wo ist er? Oh! So! Und weiter geht's! Immer gib ihm! Immer gib ihm! Immer gib ihm! Immer gib ihm! Wir machen Fischstäbchen aus ihm! Ekelhafte Graue für Stäbchen So, da und zack Und da hast du meinen Freund Und hier, Captain Ego ist hinter dir Also Leute, ich glaube was Ich glaube, jetzt kommt gleich der zweite Tod Hitcode is second death Aha Oh scheiße Wer uns kentern lassen will Oh no Oh no 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 Wo ist er, da ist er Oh scheiße Oh Gott Wo bist du hin Ja Mann, lass mich doch Oh Das ist so unverhältnismäßig Hier Wieso denn Was ist denn nur aus den Jugendleiten Zombies geworden Wie konnte denn so was nur so hässlich groß werden Und heute gab ja kein Angenstein bei Das ist ein bisschen unanimiert Habe ich davon? Bind ich mal irgendwo so? Ja, der Leon wird auch seekrank, da musst du ein bisschen aufpassen, immer mit Tabletten. Wird ihm ganz schlecht, wenn er hinten im Bucht sitzt. Alter, das ist voll der uncoole Platz, um jetzt ein Linkerchen zu machen, Mann. Aber nicht. Yes! Kapitel beendet! Nice! Schönes Ding! Nicht schlecht. Ja, es gibt halt einfach Momente, da musst du abliefern. Ja, da musst du einfach auf den Punkt abliefern. Das ist so dermaßen purer Zufall, dass ich das jetzt geschafft habe. Holy! Das heißt, jetzt willst du den Koffer beenden? Genau. Änder. Du wirst den heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Schon bald. wirst du unserem Bund beitreten. Auf ewig! Meinen heiligen Segen teilen. Ich bin der Leeu, Sie ist sohn. Und dann ich werde eingeliebben. Das ist doch Koffer ist sohn. Ich werde holy vielen dank vielen dank so kann ich jetzt eigentlich nicht mehr mit dem boot fahren konnte waren an basis bitte komm du warst drei stunden nicht zu erreichen mir geht's gut kommt nicht wieder vor und die kirche bin noch auf der suche nach dem passenden schlüssel verstanden pass auf dich auf ende wir haben die kirche nicht rein ich finde also ich finde das boot ist noch in ordnung dann kann man noch fahren finde ich also ist kein anime spiel kann in den tag erlaubt er ist kein hentai hier hallo wo bin ich denn hier wo bin ich denn hier in geraten was ist eine fesche polizistenmütze so so von schade name steht nicht drin so was hat man denn noch hier schönes können wir hier irgendwie nein wir können natürlich nichts auch hier so hier würde ich gerne mal reinschauen einmal pistolen munition blick auf die karte wo sind wir überhaupt boot schuppen höhle mit malerein höhle mit malerein okay exakt ich möchte da nicht Jetzt setzen wir auch noch so ein Singachor ein. Folgt der Münchner. Jeder würde einfach mal sagen, geh mal nicht dahin, wo diese komischen Geräuche herkommen. Aber nein. Warte, mach eke. Ich wär einfach nur doof. Achso, kann ich ja nicht. Ah, verstehe. Kommen wir ja nicht hin. Boah. Jetzt muss ich aber sagen, jetzt machen sie so ein jetzt wirklich richtig. Irgendwie, weil das ist auch das, woran es, ich sag mal, Resident Evil 4 im Original so ein bisschen gehabert hat. Und zwar an dem Gruselfaktor. Und das, finde ich schon, ist sehr unangenehm. Das finde ich wirklich fies. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Möchte jetzt hier nicht sein. So, ich werd jetzt gleich diese Party da vorne mal springen. Se escapan los coraz... Basta.